Guten Morgen ihr Lieben. Guten Morgen Sonnenschein. Es ist gut gelaunt. Wir hatten jetzt gestern eine gute Nacht. Es war ein bisschen laut hier. Teilweise draußen. In einer tollen Monteursunterkunft. Es hielt sich aber in Grenzen. Jetzt haben wir schon die ersten Klamotten verladen. Leider regnet es draußen. Das sieht auch nicht nach Sonnenschein aus. Alles andere als Sonnenschein. Trotzdem werde ich heute Klingen machen. Du den Arm und Isard. Wir werden trotzdem für euch noch filmen. Und online sein. Und zwar vermutlich nur in Hallen. Genau. Mal gucken wer noch alles so aufschlägt. Ich habe schon einige Fototermine. Termine, Termine, Termine. Termine, Termine, Termine. Mit zwei Moments, die unbedingt mit Finklin Fotos machen wollen. In dem Sinne. Werden wir nachher mal wieder mal filmen. Ihr bekommt dann das Video kommenden Freitag. Rein theoretisch ja. Rein theoretisch ja. Kommen wir das an, kommenden Freitag. Vielleicht werde ich noch mal Twitch online sein. Wenn wir da in Speyer sind. Mal sogar Platz mit euch geben. Bis der Akku wieder aufgibt. Wir drücken zumindest die Daumen, dass es noch besser wird. Genau. Und ansonsten kommt nach Speyer. Wir sind noch da. Und nächstes Jahr wieder. Auf jeden Fall. Da wird der September ein bisschen entspannter, weil nicht so viele Konventions sind. Genau. In dem Sinne. Wir sehen uns später. Bis dann. Tschüss. Tschaui.